servus leute neues video auf youtube ich bin der jonas und ich bin heute nach heidelberg gefahren und ihr seht wir haben einfach wunderschönes wetter gestern hat 25 grad gehabt und die letzten tage was einfach mega schön jetzt im moment hat 16 ist noch morgens um elf ungefähr wir haben grünen donnerstag kurz vor ostern und ja wir sind nach oder ich bin nach heidelberg gefahren der nico und der leon die kommen auch gleich noch ich mache jetzt erstmal eine kleine runde alleine und dann kommen die jungs dann machen wir ein paar labs hier und euch nehme ich mit ist immer noch die alte gopro mal gucken was die heute so wie dies heute mitmacht und genau ich habe das andere video noch nicht geschnitten und nicht hochgeladen deshalb kann ich gopro technisch dann noch nichts verbessert haben leider aber ich nehme euch jetzt trotzdem mit irgendwie muss ich ja videos für euch aufnehmen und deshalb jetzt mit der alten gopro und ja ich würde sagen es geht los auf die trails viel spaß euch wie immer let's go so let's go jetzt kommt der erste ablauf für heute jetzt kommt der ablauf für heute ein paar jungs wuuh wuu 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 ich wollte mich vielleicht wuu wuu besser wuu 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 keine ahnung was kommt blöd ich bin das letzte mal auch anders gefahren hier gibt es so viele Reihen weiter gehts oh fuck dieses Rad ist so weit sehr fast oh Gott so Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Ich habe vorher schon gewusst, dass das jetzt nichts wird. Okay. Wie geht es da? Tschüss Leben Ja man Da hat es mich das letzte Mal so gelegt Richtige Wipes Ja man Ja man Ja man Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020